So und damit herzlich willkommen zurück bei Drama. Wir sind in der zweiten Aufnahme Session und ich guck mal ob ich es noch kann. Ja wir haben relativ viel geschafft. Wir sind fast bei der Hälfte. Und wir gucken jetzt mal ob wir hier mal durchkommen. Bisschen besser als heute Nachmittag. Ich muss sagen es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Game. Also auch wenn ich zwischen mich geflucht habe. Aber wir sehen auch schon es hat uns einige Level gekostet. Okay. Das sieht aber irgendwie nicht so geil aus. Das wird ja immer mehr. Warte mal kurz. Wir müssen noch mal neu machen. Und geschafft. Okay man muss zu schnell sein. Das haben wir geschafft jetzt. Okay das geht gar nicht. Da müssen wir auch noch mal schnell sein. Und wir bewegen uns langsamer. Das Level heißt Slow Motion. Wir sehen schon. Und das geht. Und drauf. Und das war nicht gut. Aber das haben wir geschafft in Slow Motion. Und oh. Boom. Ja wie schaffen wir das hier. Dass es nicht Boom macht. Okay. Irgendwie ist das. Schwierig. So gehts. Gut. Gut. Ähm. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Okay. Ich muss echt mehr ausprobieren. Was geht und was nicht geht. Ich renne immer los. Ach. Das ist einfach mal so. Man muss halt so viel ausprobieren. Unbekannte Objekte. Also irgendwie. War das jetzt nicht so schwer. Ich weiß nicht. Ob das manchmal die richtige Lösung ist. Die wir nutzen. Aber ne. Es gibt viele Wege nach oben. Okay. Okay. Don't trust. Das heißt wahrscheinlich weil die Kette irgendwann runter geht. Hi. Das haben wir uns gut hinbekommen mal. Also die letzten Level gingen relativ schnell. Anderer Weg nach vorne. Also die letzten zwei Level gingen relativ schnell. Okay. Okay. Das sollte auch ein bisschen anders gehen glaube ich. Aber das haben wir doch schnell geschafft. Okay. Sollte eigentlich einfach sein. So einfach ist es nicht. Aber wir machen jetzt hier folgendes. Wir machen jetzt einfach die Fallen kaputt. Kosten uns ein paar Leben. Aber jetzt. Ja. Ist dann halt so. Ich weiß nicht. Ob man das komplett ohne Leben zu verlieren durchbekommen kann. Can you get through the door. Gucken wir nochmal. So. Äh. Okay. Ich kann nix mehr machen. Okay. Okay. Komisch. Komisch. Das ist immer. Ich hasse das. Okay. Da kann ich durchgehen. Dann passiert gar nix mehr. Ich weiß nicht was dann geht. Irgendwo rausziehen können. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Wir versuchen jetzt nochmal auf einen anderen Weg. Penium dead durch die Tür. Hm. Sind wir eigentlich? Sind die Leichen dann weg? Das wäre scheiße. Ich sollte eigentlich sein, dass wir da Dusch waschen können. Wow. 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 Drama. Drama. Wird das jetzt? Wow. Wunderbar. Etwas, das fluten kann. Okay. Entdecke die Objekte, die versteckt sind, um das Wasser zu überqueren. Weiß nur, was sollen wir denn hier entdecken? Gut. Geht doch. Easy. Scherenhänder. Okay. Easy. Wow. Ach nee. Es war klar, dass die erste nicht ist. Okay. Zweite ist es natürlich auch nicht. Jetzt haben wir eben so wenig Schlimm verloren und jetzt geht es hier ab. Hier hoch. Der hält sich auch nicht fest. Ich weiß nicht, wie wir das machen mit dem Festhalten. Das kriege ich manchmal hin und manchmal nicht. Also an manchen Stellen kriege ich halt hin und an manchen... Was ist das? Hä? 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 Was ist denn jetzt hier los? Da gehen wir kaputt dran. Da auch. Okay, der echte Button ist versteckt. Die Frage ist nur, wo ist der versteckt? Kann er denn sein? Nein. Wow, wie unfair. What the fuck? Was ist das? Oh mein Gott. Kommt alle raus da, alle weg. Okay. Und tschüss. Gut. Das haben wir mal gut hinbekommen. Fand ich. Jumper. Okay. Oh nein, ich habe eine Idee. Ihr seht es. Okay. Also sobald ich das nehme, ist es nichts mehr. Uiuiui. Da muss ich mit links jetzt springen und mit rechts. Oh Gott. Das ist ja ungefähr nur ein Arm hat, eine Hand. Und. Okay. Also müssen wir nicht nach der Reihe gehen, sondern da, wo das grüne Licht ist, müssen wir drauf. Oh Gott. Oh Gott. Majo, konzentriere dich. Konzentration. Konzentration. Fast. Oh. Das ist wieder. Weiß ich. Ich spring. Ich spring dann schon immer. Also ich laufe dennoch, weil ich noch lenke. Und dann ist das aber schon, dass ich das nächste Mal schon abkacke. Ach komm schon. Okay. Der rutscht so. Immer noch. Ich komme jedes Mal da oben wieder dran. Das ist doch doof. Habe ich es eigentlich geschafft und dann komme ich da oben nochmal dran. Ach komm ey. 100 Leben wieder umsonst verloren. Okay. Darf ich nicht machen. Jedes Mal verliere ich da am Ende. Das ist nicht. Okay. Jetzt mache ich das schon woanders. Ich kann das nicht. Ich hasse das. Geht doch. Scheiße ey. 1681 Leben. Ihr schafft das sicherlich besser als ich. Wir sind schon bei Level 80 jetzt. Springt der. Wart mal. Der springt hier gar nicht. Hä? Der springt nicht. Way to jump. Nein. Sorry. Hä? Hä? Ich werde nicht gut. Okay. Ich muss denn nur hier rüber kommen, ne? Was können wir denn da machen? Way to jump. Okay. Wie kann ich es schaffen, dass der springt? Also vor kann ich gehen und zurück kann ich gehen. Hoch geht nicht. Ich kann nichts. Und kurz. Aber mit der Maus geht das ja auch nicht, ne? Ja! 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 Wow, geschafft. Also wir mussten irgendwie abhängen. Uiuiui. Wait. Okay, wir warten. Die Frage ist nur, worauf wir warten sollen. Das ist aber seltsam. Also wir können jetzt warten, aber wie lange? Okay, auch das haben wir gelöst. Das war jetzt ziemlich dämlich. Das war ziemlich dämlich, Mario. Unnötig viele Leben verloren. Unnötig viel. Okay, und das haben wir nur geschafft. So. Und einmal Schwerelosigkeit. Super. Nein, ich muss dir offen sein. Gut. So. Und dann wollen wir sagen, machen wir die nächste in der nächsten Folge. Bis dahin. So.